Einen wunderschönen guten Morgen liebe Trader und herzlich willkommen zu dem Video, das gab es in der Index-Sektion der Formations-Trader. Heute ist Freitag, der 16. August 2019 und machen wir es kurz, der DAX vorbörslich bei 11.880 Punkten und für den Fall, und ich sage nicht, dass er das macht, dass der DAX in Richtung 11.550, 11.600, 11.650 läuft. Diese drei Marken, aus unserer Sicht mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit, dass dann im Anschluss nicht nur als erstes Ziel, die 61% dieser Aufwärtswelle abgearbeitet wird bei 11.180, sondern dass hier sogar noch ein bisschen tiefer diese offene Lücke bei 11.000 geschlossen werden kann. Jetzt würde ich sagen, der war doch schon am Ziel. Nee, ich glaube, dass er einfach nochmal einen Panikverkauf gemacht hat und diese Gegenwelle nutzt, um dann noch eine Welle zu machen. Ob es dann nochmal darüber hinaus geht, weiß ich nicht, interessiert mich nicht für einen Trade, wäre das, was mich eher interessiert. Was mich nicht interessiert, ist diese Welle hochzutraden. Was mich eher interessiert, ist diese Welle runterzutraden. Weil ich nicht weiß, ob diese Welle kommt. Ich weiß nur, dass wenn diese Welle kommt, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass der Markt da runter geht. Was, wenn ich nicht recht habe? Was, wenn der Markt durch die 200-Tage-Linie geht? Was, wenn der Markt hier diese Hochs im Bereich von 11.866 rausnimmt und noch weiter steigt in Richtung 11.930? Dann ist er doch richtig am Widerstand in Richtung 12.000. Also wenn er das hier rausnimmt, dann will ich ihn gar nicht sehen. Dann ist für mich Game Over. Ja, aber dann ist er doch wieder am Widerstand. Ja, aber das ist mein Setup. Mein Setup ist nicht das. Ganz einfach. Viel mehr kann ich euch nicht sagen. Ich könnte jetzt noch ganz viel hier rechts und links und oben und unten. Gibt es aber nicht. Das heißt, solange das hier nicht rausgenommen worden ist, das hier wahrscheinlich ja. Wenn ihr sagt, ich hätte gerne noch die relevanten News des Tages. Ich wüsste gerne noch, was mit Euro-Dollar ist. Ich wüsste noch gerne, was mit Brand ist. Ich hätte gerne häufiger Setups zu Gold und Updates dazu. Und sonst zu den Aktien. Und dann nächste Woche startet ab Freitag. Unser Morgenbriefing mit den wichtigsten News und die besten Setups. In 5 Minuten mit einem Einführungspreis. Anstatt 89 für 49 Euro. Und ihr könnt ab sofort dabei sein. Sobald es losgeht. Im Moment könnt ihr es nicht buchen. Aber ihr könnt gerne auf unsere Homepage gehen. Shop Morgenbriefing. Euch mal die Produktbeschreibung durchlesen. Und dann sind wir herzlich gerne für euch da. Und freuen uns darauf, wenn ihr mit dabei seid. Ich glaube, das wird so ziemlich das Coolste, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Ich würde dabei sein wollen. Mein Name ist Hamid Esnasharan. Ich wünsche euch einen gelungenen Handelstag.